Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Episode Wailed. Letzte Runde. Ich habe nicht auf mein Glück vertraut, sonst wäre es sehr viel besser gewesen. Aber mal schauen, was es diesmal für mich bereithält. Abgesehen von einer doofen Konstellation mit diesen zwei Vierecken hier. Aber ich habe hier vier Platz. Das heißt, ich kann da schöne Verwurstellungen fabrizieren. Doch der Blick Richtung Active Challenges. Complete at least three railways between stations. Das nimmt sich nicht viel. Dann nehme ich lieber das mit, anstatt die 25 Millionen für das nur Verwenden der Teile, die ich bekomme. Und die Mine, denke ich, irgendwo hier mittig ist ganz gut. Nun zu den Bahnhöfen. Also ich werde einen an die Ecke bringen. Einen an die Ecke bringen, damit ich hier unten das alles nutzen kann im besten Fall. Und dann setzen wir je einen da und da mittig. Warum nicht? Das Bonus-Teil glaube ich hier direkt über der Mine ganz gut, weil ich hier alles rumführen kann, wenn die Teile stimmen. Aber das ist immer der Konjunktiv, den ich in jeder Folge bringe. Und ich habe das erwähnt, ich auch in jeder Folge. Also ein wiederkehrendes Element haben wir definitiv. Ja, will ich zocken, will ich nicht zocken? Das ist hier die Frage. Ich glaube, ich will erstmal nicht zocken. Also nutze ich das als Kurve. An der Stelle. Und weil ich sowieso eine reine Gerade direkt dahinter bekomme. Nutze ich dich hier am Rand. Ich will den Bahnhof nicht mit einer Geraden rausholen direkt. Wer baut mit zu viele Möglichkeiten? Ich kriege eine weitere Kurve. Die kommt in die Ecke. In den Ecken brauchen wir Kurven. Und eine Weiche. Das ist doch schon mal ganz nett. Da kann ich nämlich hier den Bahnhof von oben nach rechts führen und runter führen. Das ist immer gut. Alternativen braucht man. Man muss ja flexibel sein. Das ist ein extrem blödes Teil. Vor allem in der Konstellation mit den mir angebotenen Flächen, auf denen ich sie platzieren darf. Diese beiden Kurven. Also direkt zur Mine bringen, fände ich blöd. Weil wir könnten so machen. An dir vorbeiführen und... Na, ich glaube, andersrum ist schlauer. Von unten zur Mine bringen. Weil ich hier eventuell dicht machen muss. Und dann habe ich oben und unten neben wenigstens noch eine Verbindung. Ein Überunterteil, das eigentlich nur an einer Stelle als solches genutzt werden kann. Ich platziere dich da. Um das Maximum aus dir rauszuholen. Wieder ein bisschen zocken, aber warum nicht? Eine weitere Kurve, die in die Ecke kommt. Und eine weitere Gerade, die hier unten hin muss, weil dann eine Bergkante ist. Also macht das Sinn, dich da hinzuschmeißen und zu hoffen, dass es gut wird. Jetzt haben wir eine Doppelkurve. Also als einfache Kurve nutzen könnte ich dich hier. Aber ich mag das Potenzial dieses Teils, weil da kannst du schöne Sachen mitbauen. Deswegen nutze ich es gerne so als Ausfahrt am Bahnhöfen, um ihm zwei Möglichkeiten zu ihm hinzugeben und auch zwei Möglichkeiten zu geben, den Bahnhof zu verlassen. In dem Fall den Hafen und das Lager wahrscheinlich. Die Fabrik oder also Industriegebiete hier. Deswegen nutze ich dich so. Dann habe ich zwei Wege zu dir zu bringen. Von oben und von der Seite. Nochmal so ein Teil. Und da kann... Also hier nutzen wäre blöd. Und wird das Teil nämlich sinnlos. Deswegen... Nutze ich dich doch einfach hier oder hier? Nee, das ist mir zu nah an der Mine dran. Weil im schlimmsten Fall kriege ich hier eine Gerade und dann kann ich den nur noch zur Mine bringen, was von da kommt. Das gefällt mir nicht. Deswegen lieber hier so ein paar Möglichkeiten haben. Andererseits kann ich nichts von der Seite zur Mine bringen, außer ich kriege hier die Verbindung hin. Und noch so eine Kurve. Ja, ich mag das Potenzial, wie gesagt. Damit arbeiten wir jetzt ein bisschen. Zocken. Letzte Folge hätte ich zocken sollen. Eine Weiche ist wie immer schön. Die Frage ist, wie rum bringe ich dich wo? Wo möchte ich diese Weiche haben? Ich könnte hier dicht machen. Und damit Wege zur Mine und nach rechts ermöglichen. Die Frage wäre dann, wie rum schalten. Das Ganze. Da ich, wenn ich sie hoch schalte, auch nur hier rum bringe, kann ich sie direkt nach unten schalten. Glaub ich. Eine weitere Kurve. Ab in die Ecke mit dir. Und ein Überunterteil, was nur als gerade genutzt werden kann. Dann nutze ich dich hier für den Bahnhof und du kommst auf jeden Fall so rum raus. Jetzt muss ich hier drauf achten, hier keine gerade zu setzen. Du kommst auf jeden Fall hier oben hin. Das war einfach. Und eine weitere Kurve. Er schmeißt ihn wieder mit Kurven zu. Setze ich dich hier hin, kriege ich alles, was von der linken Seite nach oben fährt nach rechts und was von unten fährt nach rechts. Dann könnte ich hier, wenn alles gut geht, auf die Verbindung zur Mine verzichten und hier eine gerade machen. Was mir aber nichts bringt, weil beide Wege nur nach oben führen würden. Aufgrund der Weichenstellung hier. Dich mit einer Kurve rausholen. Kann man machen, wenn ich die Verbindung hier oben hinkriege. Hier zur Mine machen wäre dumm, wenn wir die Weiche in irgendeiner Art und Weise verschwendet. Also glaube ich, dass mir die Verbindung hier am sinnvollsten erscheint. Eine weitere Weiche. Hm. Ich könnte die Verbindung zu der rechten Seite hier mitschaffen. Oder ich hole ihn damit raus. Die Frage ist nur hoch- oder runterschalten. Wenn ich ihn hochfahre, wäre dumm, wäre nur die Verbindung zum Bahnhof. Also müsste ich sie runterschalten. Was mir bei hier Probleme machen würde, weil ich diese Verbindung nie mehr retten kann. Außer ich bekomme hier die Kurve so rum, dass du nach unten fahren musst. Zu riskant. Der Weg ist besser. Denk ich. Hoffe ich, wie auch immer. Weitere Weiche. Macht hier keinen Sinn, also muss ich hier hin. Oder hier hin. Da ich allerdings hier noch die Möglichkeit zur Mine... Na, brauche ich nicht. Die kriege ich mit einer Gerade gepacken. Hier eine Gerade und schon wäre die Verbindung von hier zur Mine geschafft. Also finde ich dich hier doch interessanter. Ich bin mir ein bisschen unsicher gerade. Ich glaube, ich habe mir hier zu viel verbaut. Da ist eine reine Gerade... Hier kann ich mit einer Kurve arbeiten. Hier brauche ich eine Kurve. Dann darf ich hier keine Gerade setzen, sonst kriege ich diese Verbindung nicht geschaffen. Also ist das der einzig logische Schritt, meines Erachtens nach. Eine weitere Gerade. Gleiche Stelle wie eben. Vielen Dank für gar nichts. Sollte ich hier eine Gerade hinsetzen. Rein hypothetisch. Muss ich gucken... Also verbaue ich mir viel. Brauche ich gar nicht gucken. Ich verbaue mir eine Menge. Weil ich aus dem Bahnhof mit dem Bahnhof... ...niemals eine Verbindung hinkriegen kann... ...um gleichzeitig noch die ganze Sache nach rechts zu bringen. Das klappt nicht. Ich hole mir für 10 Millionen die Kurve und platziere sie dahin. Um hier Alternativen zu schaffen. Kann ich hier mit einer Weiche agieren und schaue mir das Ganze ein bisschen schöner. Wieder eine Gerade. Wieso gibst du mir immer die gleichen Teile? Was ist los mit dir, Spiel? Damit kann ich doch nicht hantieren. Die Gerade ist Müll. Ich kann hier die Gerade hinschmeißen und baue mir hier unten das Dicht. Dann ist dieses Überunterteil nutzlos. Aber ich mache mir das hier nicht kaputt. Und sobald ich dich hier rumführe, kommst du eben auch zur Mine. Dann brauche ich die Minenverbindung. Nicht, weil alle Wege hier zur Mine führen. Sofern ich dich runterkriege. Ansonsten habe ich hier noch eine Alternative. Das ist doof. Gib mir nicht wieder das Teil an mit einer Geraden. Das wäre sehr nett. Eine weitere Gerade. Jetzt, wo ich gern Kurven hätte, kriege ich so einen Müll. Ja, jetzt muss ich da hinsetzen. Und ich habe hier noch nichts geschaffen. Eine Weiche an der Stelle. So, führe ich dich nach unten oder nach oben? Du musst dich nach unten führen. Nach oben wäre dumm. Ich brauche hier die Verbindungen, um dich da hinzubringen. Über- und unterteil. Ja, jetzt ist das Spiel kaputt. Jetzt ist sie egal. Die ganze Runde ist verloren. Ich kriege eine Weiche, die ich wo am sinnvollsten platziere. Wo platziere ich diese Weiche? Dich hier rum, kriege ich dich nur nach oben gefahren. Dann fährst du im Kreis. Das ist dumm. Schalte ich dich andersrum? Könnte ich dich so rum wieder nach unten führen? So rum kämpfst du da. Ja, ist am besten. Komm schon, jetzt gib mir mal ein paar Teile. Ich muss die Verbindungen hinkriegen. Gut, dass man nicht mit einem Minus rausgehen kann. Ein Silberteil mit Auswahl, das ist nett. Danke. Also hier oben reicht mir eine Kurve. Weil die beiden hier den gleichen Weg machen. Hier brauche ich auch nur eine Kurve. Hier brauche ich eine Gerade, die ich definitiv kaufen kann. Also hier brauche ich nichts setzen. Kann ich mich auf diese Ecke hier konzentrieren. Was mache ich damit? Ich meine, ich habe nicht viele Möglichkeiten. Ich muss mich entscheiden, bringe ich den nach oben oder unten. Und das ist auch einfach. Ich muss den Bahnhof nach unten leiten. Weil nach oben wäre eine Sackgasse und käme nicht raus. Also bringe ich dich nach unten und dann eine Kurve. So. Dann kriege ich dich aber auch niemals zu dem Bahnhof. Nee. Ist nicht machbar. Und sobald du hier runterkommst, kommst du automatisch auch zu dem Bahnhof, wenn ich hier die Verbindung habe. Ist eigentlich alles egal. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Nimmt sich nicht viel. Ich führe dich hier nach unten. Da ist es egal, ob ich eine Gerade nehme. Hier brauche ich nur eine Kurve. Hier brauche ich eine Kurve. Ich brauche vier Kurven. Jede Gerade macht mir eigentlich alles kaputt. Eine Kurve. Dankeschön. Du wirst so rum platziert. Eine Kurve. Welche ist wichtiger? Die ist wichtiger. Bringt am meisten Geld. Eine weitere Kurve. Das ist allerdings die schlimmste Art Kurve, weil sie hier keinen Sinn macht. Das heißt, hier brauche ich die Gerade. Ich platziere die Kurve hier, kann mir danach definitiv die Gerade kaufen für die Stelle. Ich brauche eine Kurve, die ich hier hinsetzen kann und eine Gerade, die ich hier hinsetzen kann. Ich habe freie Auswahl. Das ist gut. Dann gehe ich zunächst auf die Kurve, weil die Gerade kriege ich definitiv. Damit kriegst du nämlich nach unten. Meine Challenge ist complete. Und jetzt kriege ich hier die Gerade hin. Und ich denke, ich habe noch ein einigermaßen respektables Ergebnis rausgeholt. Auch wenn da viel Glück dabei war. Ja. 448 Millionen ist ganz ordentlich. Muss ich sagen. Ich habe dich mit allen verbunden, dich mit allen verbunden. Das einzige, was mir fehlt, ist die Verbindung zwischen den beiden Bahnhöfen hier. Die war aber nicht möglich aufgrund dieser Weichenstellung. Deswegen war das hier unten egal, wie rum ich schalte. Wenn ich die richtig rum schalte, ist alles viel besser. Aber ich konnte nicht voraussehen, wie die Verbindung hier hinhaut. Ich denke, man kann damit noch leben. Relativ ordentliches Ergebnis noch rausgeholt. Ordentlich Geld bekommen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim nächsten Mal dabei. Bis dann noch einen schönen Abend. Und tschau, Leute.